Herr Präsident! Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer! Der erste Deutsche Bundestag hatte 410 Mitglieder. Dieser Deutsche Bundestag hat 709 Mitglieder. Wenn wir auf der Basis des geltenden Wahlrechts und bei den jetzigen Umfragelagen wählen würden, dann hätte dieser Deutsche Bundestag über 800 Mitglieder. Das sind die Bürgerinnen und Bürger nicht bereit zu akzeptieren. Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht, dass dieses Parlament unbegrenzt wächst. Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht, dass wir uns arbeitsfähig machen und immer teurer werden. Das erfinde ich nicht. Das wollen über 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, wie eine Umfrage von Sivay zeigt, repräsentativ. Und deshalb, meine Damen und Herren, wenn fast 90 Prozent der Menschen in diesem Land eine Reform des Wahlrechts wollen, verweigern Sie sich nicht länger, sondern machen Sie bitte mit, liebe Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition! Wir haben diesem Haus in einer ungewöhnlichen Aufstellung von der Linkspartei über die Grünen bis zur FDP einen konkreten Gesetzentwurf vorgelegt. Diese ungewöhnliche Allianz war möglich, weil wir uns gegenseitig mit Respekt behandelt haben. Und wenn Sie es ernst meinen mit den Gesprächen, die Sie hier angekündigt haben, dann kann ich Ihnen nur raten, Sie müssen in diese Gespräche mit Respekt einsteigen. Und wenn hier wieder versucht wird, eine Zweiklassengesellschaft von Abgeordneten herbeizureden, dass der Direktgewählte der Gute und die anderen so Beifahrer sind, dann widerspricht das nicht nur dem Leitbild unserer Verfassung, sondern es ist schlichtweg Unsinn. Und da kann man jetzt mit dem Kopf schütteln. Ich sehe das ja, da kann man jetzt mit dem Kopf schütteln. Ich will Sie mal mit der Wahlrechtssoziologie in Deutschland in Ihren Wahlkreisen bekannt machen. Da wird ja immer gesagt, es kommt darauf an, dass wir das Verhältnis zwischen Wählern und Abgeordneten und Sie meinen damit immer die direktgewählten Abgeordneten, nicht vergrößern dürfen. Daran hängen die Bürgern her. Da ist es ja schon bemerkenswert, dass es schon heute extrem große Unterschiede zwischen der Zahl der Wahlberechtigten in den einzelnen Wahlkreisen gibt, insbesondere übrigens in Bayern. Der Wahlkreis mit den meisten Wahlberechtigten ist der Wahlkreis 238 in Coburg. Und der Wahlkreis mit den meisten Wahlberechtigten ist der Wahlkreis 243 in Fürth. Und zwischen beiden Wahlkreisen haben wir einen Unterschied von fast 100 000 Wahlberechtigten. Lesen Sie es nach. Es hat Sie bislang nie interessiert, wie viele Bürger in den Wahlkreisen waren. Die CSU hat es nie interessiert. Sie hätten bei der Bundesregierung, beim Innenminister intervenieren können. Sie haben es nie getan. Das Argument ist vorgeschoben. Das wissen Sie und das wissen wir und das lassen wir uns hier nicht bieten. Das zweite Argument ist ja immer, der direktgewählte Abgeordnete ist mit Mehrheit gewählt und deshalb demokratisch legitimierter. Das stimmt. Und ich möchte hier auch ganz klar sagen, ich habe Respekt vor jedem und jeder direktgewählten Kolleginnen und Kollegen. Aber so zu tun, dass nur die Tag und Nacht sich für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger einsetzen, ist schlichtweg Unsinn. Ich habe Respekt vor allen Kollegen hier im Haus, die Tag und Nacht, an Feierabend und an Wochenenden sich für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Und die Mehrheit, von der Sie immer reden, ist ja, wir sind ja nicht im Zweiparteien-System, nicht? Einige müssen auch umschalten. Wir sind ja hier im Hause mit sieben Parteien vertreten. Und die Mehrheit im Wahlkreis ist im Regelfall eine relative Mehrheit. Eine relative Mehrheit, die sich zum Beispiel in Rostock 2 schon mit 29,5 Prozent einstellt, im Wahlkreis Dresden 1 mit 24,6 Prozent oder im Wahlkreis Berlin-Mitte schon mit 23,5 Prozent. Ihre relative Mehrheit hat immer eine absolute Mehrheit, zum Teil von über 70 Prozent gegen sich. Wo ist das denn demokratischer, als über die Liste gewählt zu werden? Den Unterschied gibt es gar nicht. Und diese Zahl zeigt auch schon, die Kollegin Hasselmann hat es angedeutet, was die Krux ist an all diesen Mehrheitswahlrechtsvorschlägen. Das Mehrheitswahlrecht, ob verkappt als Grabenwahlrecht oder sonst wie eingeführt, führt dazu, dass kompakte Minderheiten zu relativen Mehrheiten werden können, die dann zu absoluten Mehrheiten im Parlament führt. Und ein Wahlrecht, das es einer Minderheit möglich macht, über die Mehrheit zu herrschen, die nenne ich undemokratisch. Hören Sie auf, über das Mehrheitswahlrecht zu spekulieren. Das ist undemokratisch. Und ein letzter Gedanke in Richtung Bundesregierung, dass wir Sie auch noch in die Debatte einbinden. Sie klagen ja darüber, dass der Deutsche Bundestag Ihnen zu viele Fragen stellt. Und Sie gewissermaßen von der Arbeit abhalten. Jedenfalls könnte ich das den Medien entnehmen. Das ist direkte Folge der Größe dieses Deutschen Bundestages. Wenden Sie sich nicht an die Opposition, dass sie nicht so viele Fragen stellen soll. Wenden Sie sich an die Sie tragenden Fraktionen, an einer Verkleinerung des Bundestages mitzuwirken. Dann erledigt sich die Zahl der Anfragen vor ganz alleine. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.